B-B-Berge von B-Tead Impera das Besegium Was? Geht schon? Ja Oh shit Wir haben die Oberhand Hab die mal alle da ausgelöscht Ich hab's gesehen, heftig Ich hab's auf dem Screen gesehen, auf einmal so kill 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 Okay, die kommen jetzt alle von hier Bei mir Jo Komm rüber Ich bin tot, scheiße Hinter uns? Nee, vor uns Da hinten Ja, mein ich ja Jawoll Partner gerecht Ich hab auch ein paar besiegen Schapiler in Gefahr Schapiler 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 tot Hilfe Boah, Granate Mach ich das gleich halt wieder Was machst du dann? Wir kommen hier durch Da wieder rum gehen Da wieder rum gehen Ja Ah, ich komm Ist auch hier durch Ah, okay Bin hinter dir Geht nicht klar, Alter Kann nicht wahr sein Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein Komm zurück, komm zurück, komm zurück Geht grad nicht Kannst du auch nicht Kannst du auch nicht Kannst du vergessen Ich hab einen im Nahkampf getötet Geil Okay, haben wir die? Ja Ich hab ein Termal Ist ja so einer, oder? Boah Ich hör nur Ich hab die alle getötet, ich lebe noch Ich lebe noch Ich stand mitten in dem Termal Mir ist nichts passiert Das scheiß Ding da Ich bin da Okay Kaputt Wer dahinter Die 5000 Leute da stehen Ja, ich sehs Kann ich wieder kommen Kann ich wieder kommen? Ich bin... Boah, tot, Mensch auch Zu viele Granaten Irgendwie dieser komische Fighter, der herstand Ich kam auch irgendwie da nicht mehr weg Als ich da einmal drin war Kein Problem Kein Problem Kein Problem Kein Problem Vor uns, links Vor uns, links Alle Ah, ich kann meine Werte Das ist ja das einige von Dingen auch rumlegen Die ganze Zeit Ach, Quatsch So nervig So nervig Oh, nein War da einer Hab ich das gewusst Aber ich hab da ein schönes Geschütz hingestellt Ich bin einmal so rumgesprungen Hätte ich fast von hinten überraschen können Oh nein Was ist hier los? Warte, warte Warte Ja Jawoll Ich hab da ne Umgebungsbombe gerade gelegt gehabt Hinter uns hab ich Boah, da sind ganz viele Ganz viele Ich bin tot Vor uns, ganz viele Boah, nein Nein Überall Wo kamen die denn alle Wo sind wir denn da gespawnt, Alter? Waren wir da mittendrinne bei denen? Ja Oh, warum muss mich die Granate immer kriegen? Die laufen so langsam, die Spieler, die man hat, ne? Scheiße, da hat mich schon wieder einer getötet Aber ich hab sehr viele mitgenommen die ganze Zeit Ohne Scheiß Ja Geh doch mal weiter, Junge Mein Gott Meine Fresse Ja Hier war doch einer Ja, den haben wir Den haben wir Aufwachen Weiter so Die Hälfte ist geschafft Hier drin ist das Imperium zahlenmäßig im Vorteil Meine Thermalen hat die da erstmal alle weggepickt, ey Da sind die dran, pass auf Ich bin hinter dir, mein Bro Pass auf, pass auf Ah, hinter uns, hinter uns Hinter uns, ja Boah, der hat mich Geil dich Da sind zwei Stück, da ist noch einer rechten Ecke Hab den Jo Ist da noch einer? Man Ne Ok, krass Der Drecktag, ne? Der hat auch nichts gemacht, als er sich seinen Kollegen umgebracht hat, ne? Der hat sich weiter versteckt die ganze Zeit Ne Ja, genau Wie so ne Pussy, ey Der Link Ja, genau Boah, da sind die alle Die sind im Scan Genau Versuch mal hinten rum rein zu gehen Ja, bin dabei Geht das nicht? Eine weiter vielleicht Ja Dann verlässt man die Map, ne? Ah, ok Ja Ja, hab ich gemerkt, falsche Richtung Der wollte sterben Kannst mir ja nicht anders erzählen Was macht der sonst dann? Ich bin hier drin Yo Komm Ich weiß nicht warum ich hier reingegangen bin Aber so komme ich vielleicht hinter denen Ja Ja Ich verfolge dich Ja Ich hab nen Blaster zum Aufstellen Genau da bei dir ist einer Ah, ich bin tot Hab den Ich bin tot, da draußen sind welche Pass auf Da ist ne Drohne Ja, die hab mich auch glaub ich gekriegt Bin da Guck mal was die Granate dazu sagt Jawoll Jawoll Boah, die Granate von dem haben ja auch was gekriegt Hinter uns Ja, ich hab noch welche gekriegt mit dem Tamal am Ende Zwei Stück glaub ich Boah, ich bin erster Geil Nein, 20 zu 12 Geil, gute Runde Ja, aber ich hab da auch einmal aufgerunden Ja, das stimmt Wurde die ganze Zeit auf der Karte gewährst Geh, 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 geh Ich bin da einfach rüber gejumpt Bin da nochmal gejumpt und hab alles weggeballert Ich will auch mitmachen Boah Boah Hab weg einen Und der hat mich Umgebungsbombe Wie hat er das denn geschafft? Musst ihr nicht irgendwo liegen schon bevor man... Man kann die doch nicht schmeißen oder meinst du? Äh, das war meine Umgebungsbombe Da der mich aber mit einer Granate abgeschnitten hat Ist die mit explodiert Wir haben die Oberhand Ey, da sind zwei Stück Warum kann ich die denn nicht? Hab ich nicht Sind die und sterb nicht oder was? Ich hab den Partner gerecht Yeah Alles läuft Und da hab ich grad einen Den Arsch gerettet Da war grad einer Danke Der hat sich versteckt und gekämmt Blitzer Decke überall Umgebungsbomben Ich laufe einfach rum und sammel die Dinger ein Ab ein und der hat mich Ach ne, kann nicht sein Unter uns ist einer, glaub ich Ja Von hier rechts kommen die Da wo ich da gestorben bin Da rechts, okay Da rechts, okay Granate vorsicht... Guck mal eben das Ding hier Ich schmeiße überall Umgebungsbomben hin Ich glaub ich geh jetzt hinter den Ich glaub ich geh jetzt hinter den Ich hab hier richtig schweb Ich hab hier richtig schweb Ja, ich bin auf dem Weg hinter den Ja Ja Boah, hier kommen welche Vorsicht Genau da wo du grade bist Ja, hab die alle gepürtet hier Ja Ja Ich bin immer noch hier oben bei dem Flugzeug Hab wieder einen Hier oben ist gefährlich, aber Ich hab zwar ne gute Übersicht, aber Da kommen schon wieder welche von von rechts hier Ja, von links auch Ich hab dir ne Drohne hingestellt, falls einer kommt Die beschützt wird Okay, super Man muss ja auch mal anfangen ein bisschen taktischer zu spielen, ne? Die Raketen zerstören die Droiden sofort, übrigens Hab ich grade festgestellt Hab einen, und der hat mich Also keine Angst Du selbst musst nicht mehr hinter dir Danke, sind wieder bei dir gespawnt Dann kann ich ja weiterlaufen, wo ich hinwollte Wir sind unter uns, glaub ich Unter uns sind welche Ja, ich versuch da grad so hinzukommen Weil die versuchen auch hier so hinter dir zu kommen Ja Wer hat mich? Wer? Der ist unten Jetzt hol ich mir den, Alter Das ist ein bekackter Droide in der Mitte, pass auf Ich hab's ja mal drei Stücke gekriegt Sauber Mit geschützt Ich geh da jetzt wieder lang, ey Komm, Sack Die schießen alle auf mich bei hinten Eure Chance, das aber zu machen Das ist gut Der Trinks kriegt mich die ganze Zeit Geh mal auf den Sack Jetzt kommt einer gleich hinter dir Aber, ähm, ich bin schon da Mit noch gewählt Wir haben die Oberhand Die Hälfte ist geschafft Wir haben die Oberhand Die Hälfte ist geschafft Ja, ich weiß, ich geh da hin Ja, ich weiß, ich geh da hin Der hat mich schon wieder, Alter Der geht mir auf den Sack Zwei Stück, drei Stück kommen da jetzt Okay Bisschen Gefahr, pass auf Okay Ich kann nämlich nicht zu dir spawnen Bin bei dir Da kommen die Scheiße Ich muss ganz schnell wiederkommen Ich hab nen Thermal, da kommt einer Genau Bin bei dir Ich hab einen, ich hab einen Den Thermal geschmissen Keinen gekriegt Ich stell hier mal N' Ding ins Geschütz auf Linke, ne Linke sitzt unsere Leute Okay, alles klar Ich hab mal gescannt Da kommt einer jetzt Bei mir? Ich geh Bin wieder bei dir Bin bei dir Hab gesehen von wo der kommt Da sind aber auch mehrere Leute Noch neben mir Sind auch noch welche von uns Ich habe keine Aber viel mit Einen Ich mache dir Bist Gottes Ich mache mich Kau Acheinen Ich mache mich Ich mache mich Ich mache mich Und ich werde mich Das war's für heute. Boah, Alter, dieser West Ham geht mal auf den Sack. Wer? Der West Ham. Hinter uns. Ich glaub mich. Scheiße, ich bin tot. Hab den. Ich bleib hier stehen, dann kannst du ja hinkommen. Ja, ich bin da. Einen hab ich. Kommt da noch mehr? Äh, ja. Ja, sauber, hab's gesehen. Kommt die von beiden Seiten, ey. Nimm's gucken. Die Rebellen hatten schwere Verluste. Etwa 75% ihrer Leute sind tot. Pass auf, wenn irgendwas ist, ne? Ja. Ich stelle jetzt hier hinter dir einen Blaster auf. Dann nehme ich den in die Richtung. Meinst du so wie jetzt? Hab den. Ja. Da kommen jetzt, zwei Stück. Ich bin tot. Die haben mich. Keine Chance, auch mit dem Blaster nicht. Scheiße. Hätt' ja sein können. Äh. War mein Lieblingspunkt. Ja, ja, war auch nur eine gute Idee. Aber wir müssen da wieder hin und uns den Punkt erobern. Einen hab ich da oben. Ja. Bin dabei. Stehe jetzt links rum. Ja, bin hinter dem. Guck mal, wie wir die abziehen gerade. Schau mal den Punktgestand an. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Voll übertrieben. Ich hab ne Thermal reingeschmissen da hinten. Ich auch. Ja. Einen hab ich getroffen. Du hast ihn getötet. Geil. Noch einer. Hab den. Letzter Kill. Ja. Ja, aber ich wollte gerade den hinten da noch wegballern, ey. Hat nicht funktioniert. 18 zu 14. Geil. Boah, Alter, wir gehen voll ab. 23 zu 3. Krasse Runde irgendwie. Was da oben haben wir auch gerade alles weggeballert. Ja. Und ich bin dann immer von... Ja, geil. Meistens Sprengesätze. Ja. Wir dürfen laufen, die anderen noch nicht. Da hinten, da hinten sind die. Da hinten kommen die. Feuerball! Da wo ich Hinschieße ist, ist so ein Sniper-Bieb. Jawohl, es ist. Geil. So, ich bin fake. Was ist denn bei dir? Hast'n Wupp errichtet. Ich komm. Da oben ist einer, ne? 2. Da bin ich gerade hin. Ab den. Das ist deren Spawnpunkt gewesen. Jetzt nicht mehr. Hier links irgendwo soll nur einer sein. Hier oben drauf ist der wieder hier, glaube ich. Ich komm. Hinten hab ich einen. Hab den getroffen oben mit dem Thermal. Wo ist denn der? Ganz oben. Ganz oben? Ganz oben? Okay, krass. Hab den. Ich hab nicht mal gewusst, wo der ist. Nur gesagt, da ist der oben irgendwo. Gerade aus hinten. Ja, da geh ich auch gerade hin. In Gangland. Hier, ne? Der war von oben. Nein, ich bin runtergefallen. Nein. Besiegt von Tuskenräuber. Pass auf, dass er nicht runterfällt. Das ist mir auch passiert. Wer haben denn? Da ist noch einer. Noch mehrere. Ich bin runtergefallen. Nein. Ich stehe an so einer Klippe. Und kommst nicht mehr hoch? Aber ich bin nicht tot. Ja. Okay. Ich muss ganz runter springen. Ernsthaft? Wie krass. Hast du halb... Ja, ging nicht. Hast du überlebt, aber würdest verhungern, ne? Ja. Auch nicht schlecht. Boah, shit. Ist mir auch passiert, ich bin auch da runtergefallen. Ja, Leute, guck auch in die richtige Richtung, wenn du da um die Ecke gehst. Kannst du da hin? Wow, 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 wow. Ich gehe mal auch da rum, wo du herkommst. Das ist doch eine Idee. Was geht denn da? Tot. Da kommt noch einer hinten. Boah, hat aber jemand schief geguckt. Jetzt werden wir platt gewesen gerade. Ab den. Hinten durch, kommt noch einer. Hinten durch, ich habe noch einer. Hinten durch, ich habe noch einer. Geradeaus, vor dir. Da schießt einer. Pass auf. Siehst du den? Ne. Boah, ich mache mir gerade einen Wupp. Ich habe mir einen Wupp gemacht. Assist. Cool, der ist tot. Ein Wupp. Ist doch geil, ne? Was geht denn da, da unten? Du bist über mir, ja? Ich glaube schon. Bei dir wird irgendwie Gefahr angezeigt. Ja, mein Infanteriegeschütz ballert die gerade alle weg. Da habe ich gegenseitig gekillt gerade. Ich warte. Ne, mein Infanteriegeschütz hat den getötet. Hier kommt einer. Hier kommt, glaube ich, einer. Hinten durch? Ja, da hinten durch. Echt? Ja. Sehe ich nicht. Ach da. Das war einer von denen, die uns halt gesniped haben, ja. Geil. Wir sind bestimmt immer mehr von denen. Ja, da hinten. Haben den. Das war es hier. Geil. Da können wir jetzt zurückgehen. Ja, da kommt auch wieder einer direkt. Also. So, wir gehen jetzt. Von oben, ne? Ja, glaube ich schon. Geht da was? Ne, der ist da rechts. Ja. Haben den. Ne Umgebung. Ich habe ihn erschrocken, glaube ich, als ich so gesprungen bin. Genau da. Siehst du das? Ja. Boah, da schießt einer auf mich. Vorsicht, Vorsicht. Einer weiß, dass wir hier sind. Da kommt einer. Wo? Wir schmeißen Granaten. Ja, ich gehe jetzt nicht rum. Ja, ich bin dabei. Ich lasse hinter uns ne. Der ist nach. Der ist nach. Der ist nach. Der ist nach einer Umgebungsbombe hingelegt. Bin bei dir. Kümmer dich nicht um den da vorne. Das ist eine Umgebungsbombe. Jawohl, der ist tot. Nein. Ich bin gesniped. Ich bin gesniped. Ich bin gesniped. Ich bin gesniped. Ich bin gesniped aber. Das war aber heftig. Von ganz weit hinten habe ich dann auf den Berg bekommen. Mit einer ganz normalen Waffe. Hier rechts von uns ist einer. Der ist über uns. Ah, ich habe meinen Arten geschmissen. Ah, ich kriege den nicht. Der kommt runter. Ich bin hier oben. Bist du da? Ja. Der ist unter uns. Wo auch immer der ist. Hinter uns. Okay, der ist tot. Oh, hinter uns. Der ist tot, der ist tot. Und jetzt vor uns irgendwo ist noch einer. Genau, in die Richtung. Ich muss ja mal eben da vorne irgendwelche Dinge holen. Ich habe auch irgendwann eine intelligente Pakete, glaube ich, aber gar nicht benutzt. Ach, wieder da, wo wir vorhin die Camp-Klappe dahinten. Ach so, ja. Du hast gerückt, ne? Da hinten, wir stehen. Ja, der läuft jetzt einmal da. Ja, der steht. Bin tot, steck oben bei mir. Ach shit, wie funktioniert diese komische Kackwaffe? Ich mag's nicht. Ich weiß nicht, wie die heißt, die sich so auflebt. Ich weiß nicht, wie die heißt, die sich so auflebt. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendein Special-Ding. Das weiß ich leider auch nicht. Uiuiui. Ich gehe anderer Seite. Ich habe einen Scanner an. Hab den, wir sehen. Hab den. Hier links ist noch einer. Hast du den? Ne. Hab den. Ich wollte den schlagen. Sorry, noch einer. Ich habe noch einer. Ja, ich habe den. Ach, sonst kommt einer bald. Ich, mehrere wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Bin da, bin da. Von hier irgendwo. Ja, der kommt hier irgendwo. Du bist aus der Sniper-Ecke da hinten. Ja. Ich komme. Ja, da ist wieder einer an der Sniper-Ecke. Lass den mal kommen. Ach, da hinten. Boah. Hast du gesehen, was ich geschossen habe gerade? Ja. Jetzt weiß ich, wie das geht. Das braucht unglaublich lange, aber um aufzuladen. Das ist wahrscheinlich eher was gegen Fahrzeuge oder so. Gegen Leute. Da hinten. Wir wissen, du. Shit, ich komme zu dir. Ab da hinten, meinst du? Okay. Ja, ich gehe mal darüber. Bin hinter dir. Boah, die schmeißen Granaten auf uns. Ah, ich habe den fast 21. Hat er noch. Hab den. Du hast den. Er hat einen Wupp gemacht. Ja, manchmal muss man auf was frustrieren. Ja, stimmt schon. Und ich muss mal eben... Von wo? Das Ding. Ach, das sind wir gewesen. Okay. Von da oben wieder. Das ist einer von uns. Da, da hinten. Sind die weg? Hm, wir haben die, ja. Unten in dem Wupp drin. Die können da nicht raus. Wir müssen rauskommen, um zu schießen. Da oben auch. Auf dem Berg da oben. Der steht da hinten drin. Ab den. Bist du den da hinten? Ja, ich bin hier rüber geschwungen. Da ist einer hinter dir, glaube ich. Ich habe gesehen. Ey, vorne ist einer. Ist er da? Yo. Hier rechts. Der steht gerade nach oben, ja? Ja. Oh, Gott. Oh, shit. Die haben mich. Ob ich Karl habe ich da hingeholt. Leiden in die Ecke? Ja. Sauer. Haben gewonnen. Schade, ich habe fast gehabt. Da hätten noch den Typen. Sagen 23. 24 zu 4. 24 zu 4. Aber der zweite ist auch gut. Ja, ich habe nicht so viel geballert. Nein, stimmt. Aber du hast viel ausspioniert. Bis rumgelaufen und so. Was auch ganz gut war. Na, die habe ich auch die ganze Zeit. Ja, mit der habe ich auch vorher die ganze Zeit. Da habe ich diese kleine Pistole vor. Ich habe gesagt, dass ich eigentlich ziemlich cool fand. Wie viel Schaden macht. Aber irgendwie bin ich bei der hier hängen geblieben. Weil die auch auf Entfernung bin. Bleiben wir hier oben wieder, ne? Ja, wir warten erst mal, bis die kommen. Es sind genug Leute drin. Schaltet alle Rebellen aus. Schaltet alle Rebellen aus. Irgendwie kommen ja keine. Ja. Ich muss mir mal eben da unten das Ding holen, ja? Wow, gefährlich, ja. Vielleicht warten die auch ab. Vielleicht was cool ist. Ich habe hier einen Blaster hingestellt. Ach, wie egal. Ab schon einen. Wo war denn der? Der kam da oben aus dem Tunnel raus. Ich habe auch einen. Wie fun das machen würde mit noch mehr Leuten, die wir kennen. Aus dem Tunnel wieder kommen welche jetzt. Ja. Ja, weil du das gesehen hast. War da so weg. Da kommt noch einer, glaube ich. Der war von uns. Wo sind die alle? Hier hinter uns. Ah. Kann sein, dass die jetzt hier unten kommen. Ja, die kommen jetzt hier unten. Zumindest ist hier Gefahr. Siehst du irgendwas? Nö. Ich weiß nicht. Du? Nö. Kriegen wir nicht. Was? Was schon machen? Von hier links. Ja. Kann aber auch über uns sein. Ich weiß es nicht. Oder die kommen jetzt da rein. Da oben, die wir reinkommen. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie nichts. Doch, du hast recht. Was denn? Kommen wir jetzt von hier hinter uns. Die gehen nämlich, glaube ich, komplett aus den Irren, oder nicht? Hä? Ich gucke sie wieder von hier vorne. Ah, man muss dicker. Ah, sind genug Spieler drin hier, irgendwie? Hier oben könnte jetzt was kommen. Hier! Ab denn. Ab, oder du. Keine Ahnung. Da unten? Jo. Ab denn. Hier oben, hier oben. Oh, hinter uns. Von der anderen Seite. Hinter uns, unten. Der hat mich. Ab den auch, aber der hat mich auch. Hab's gesehen, seitdem ich euch gekillt, ne? Nies. Jo. Sind die da oben drauf? Aber ich ging mal was ab. Da war ja gerade tode Hose am Anfang. Ja, stimmt. Vorsicht. Hier sind die. Einen hab ich. Granate hochgeschmissen. Sauber. Ab, ein. Da hinten schieße ich hin Richtung Tunnel. Kriegst den von oben. Ab, noch einen. Ja. Sehr gut. Wie komm ich hier hoch? Der hat mich. Der Chim Fu. Da unten, der, ne? Der hat nicht mehr viel Energie. Drei hat er noch. Hab den. Geil. Du bist wieder da, ne? Jo. Da unten. Gut. Keine Ahnung, von wo du kommst. Von da hinten. Kann ich von hier aus nicht sehen. Ich glaub, die kommen jetzt dann durch den Tunnel. Komm, mach den wieder von hinter uns. Boah, da ist ein Snipertyp. Der hat verschossen, jawohl. Boah, der konnte rollen. Krass. Ab der mit der Thermal. Jawohl. Ich hab kaum noch Energie. Okay, sehr gut. Wir sind da, siehst du das? Ja, da im Tunnel erstmal. Und etwas weiter links davon. Ja. Ich muss mal eben runter. Ja. Wir verlieren an Boden. Oder nicht. Boah, hat er hier hingesnipet, der Bastard. Hinter uns, hinter uns. Hier oben, hier oben durch. Komm. Ab einen. Boah, ich bin tot. Was war das denn? Thermal Detonator. Wie hat er den denn hingeschmissen? Hab ich gerecht. Sehr gut. Bin wieder da. Jetzt kommt die von hier unten wieder. Wir haben die Oberhand. Kommt von der anderen Seite, ja. Hier ist einer von uns. Manchmal verstehe ich das auch nicht. Kann auch sein, dass die über uns sind oder so, ne? Irgendwie. Kriegst du da irgendwas? Nee, ich hole mir grad nochmal so'n Item. Ich hab' ein Infanteriegeschütz. Hinter uns, glaub ich, kommen welche. Da wurde gerade... Das ganze Mies gesetzt, das Infanteriegeschütz. Siehst du das? Wissen so. Ja. Die sind über uns. Oben. Ja, glaub ich auch. Im Schneeding. Die schmeißen ja mich Granaten runter. Dann diesen Loch durch, ne? Ja. Ja, solange die nicht durchkommen. Verlieren die jetzt, ja. Ja, genau. Aber ich mein, das ist ein knappes Spiel, ne? Trotzdem. Die killen genug Leute, weil da Zugler von uns stehen und mit denen campen. Durch das Loch. Hinter uns, hinter uns! Da hinten. Hab du den? Er hat aber nicht mehr viel Energie. Hab den. Sehr gut. Da ist noch einer, glaub ich. Unter uns. Oh ja, da hinten. Der hat mich, der hat mich, der hat mich vom Sniper. Verdammt. Verdammte Scheiße. Entschuldigung, wir den jetzt. Verdammte Kacke, ey. Die wissen, dass wir hier sind. Das hast du den gekriegt? Ne. Gehen wir mal eben das Ding hier holen. Pass auf. Wo denn hinter? Abdeh, mit dem Thermal. War da einer hinter mir? Ja. Bei mir auch, ja. Der hat mich. Aus dem Tunnel da vorne. Bin bei dir. Den hol ich mir. Abdehnen. War ne Rache-Kill. Da ist nicht viel los, irgendwie. Ich seh irgendwie kaum Spieler. Soll mal hier weg. Hier unten hab ich irgendwas getroffen. Wo? Unten, unter uns. Ich komm mal runter. Lass uns mal hier unten rumlaufen, weil irgendwie ist der oben total bescheuert. Kommen wir aus dem Tunnel. Ich geh da jetzt mal lang. Ist mir scheißegal. Ich bin irgendwie zu langweilig. Dahinten sind die alle. Boah, einer hat mich. Shit. Ich hab grad im Camping zwei Stück. Ich bin da. Wo sind die? Vor uns. Sind da noch mehr? Ja. Ich hab noch einen. War's das? Da, links. Links von dir. Seh ich. Hinter uns, glaub ich. Hinter uns. Ja. Ist das unter uns jetzt? Ja, da vorne. Die Rebellen sind uns überlegen. Hab zwei Stück. Hab auch einen. Hab auch zwei. Ja, oder drei. Die Rache. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wo wir herkommen. Ey, ist vorbei. Wir haben gewonnen. Boah, das war aber knapp, ey. Mit zwei Punkten. Das war ja wieder langweilige Runde. Und trotzdem ist bei Erster und Zweiter geworden. Ja, ey. 14 zu 3. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.